Musik Ja, halli, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen! Ich bin heute mal wieder unterwegs mit den Schnittenhunden und zwar sind wir gestartet in Siebenhirten bei Mistelbach im Weinviertel in Niederösterreich und ja, wir sind jetzt schon eine Zeit lang unterwegs, ich schätze mal so eine knappe Stunde oder so, aber habe jetzt nicht geschaut, sind jetzt gerade wieder in einem schönen Waldstück, ist leicht hügelig Das ist okay, bei Steigungen drinnen sind insgesamt 400 Höhenmeter rauf und runter heute und 15 Kilometer Ja, und ich würde sagen, ich lasse jetzt mal wieder die Bilder für sich sprechen Musik 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 Und so neigt sich ein wunderschöner Wandertag seinem Ende entgegen. Ich sage ein ganz großes Dankeschön an unseren Presi fürs Organisieren und freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch jetzt alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut das rauskommt, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017